Die Schau, fülle ich schon. Perfekt! Hier, haben wir in der Maissa. Schau, ich lehnte hart, hier. Verkehrsminister, da huckst du dich um. Ich hab dich schon draufgehabt. Geht her. 20 Sekunden. Geht her, schau. Geht her, den Maissa rasierst du, oder? Das wird dann frisch wie ein Baby-Pop-Hub. Da, sich den, du rasierst du alles Zeug, hast du alle in Bombay. Ist es ja wieder drauf? Ja, jetzt ist es drauf. Weg, weg, weg! Er muss jetzt um, weil er schon drauf kommt. Auf jeden Fall. Heute haben wir da ein gutes Filet-Steck. Filet-Steck. Das Messer putzt an. Das ist so. Dann putzt an, dann putzt an. Seht. Auf jeden Fall. Ich bin hier aufgerissen. Jetzt her. Aber das ist ja für den Steck. Ne, Woll? Ich bin Luas dran. Und wie schmeckt es dir so? Nicht schlecht. So. Ich hoffe es ist ein Hälter. Du hast Präsident, du. Werden vor? Nein, das steht jetzt auf Schweine drin. Das ist das nächste. Noch was drin. Das ist da. Was haben wir noch? Ein Karre-Steck. Ein Karre-Steck. Jetzt nochmals messen. Eins, zwei, fünfzehn. Ich weiß nicht, wie es richtig zählt wird. Also auf der Verpackung steht drauf, dass da 8 Stücke drin sein sollten. 8! Schwer! Hier soll 8 Stücke drin sein. Fokussieren! Minister! 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 Ich wollte auch sagen, dass da 8 steht, aber der fokussiert nicht. Schau, schau lieber her. Das bringst du raus. Wusch! Wusch! Ist draus! So, Sona! Dann gibt es auch noch eine... Eine... Aktion! Eine... Aktion! Black Friday ist ja heute, wenn man ist wieder dran. Schweinefilet! Heils Black Friday? Ja. Heils noch einen Donuts. Stimmt, heils Freida! Heils... Ich warst dich nicht da, weil heils Donuts. Ja, denk einmal nach. Mensch, wir stehen hier schon wieder. Mich stehen keiner. Ich muss auf deinem Handy, mit dem Mobiltelefon-Gerät gewesen. Ja, ich mein! Das ist Ihnen ein Aufschneid, das ist... Anschneiden! Scher! Gehst du her! Drunkse! Drunk! 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 Oh, jetzt zau... Du Fuhlwappler! Siehst du den? Das ist... Ich weiß ja nicht, was es sein soll. Affilé! Affilé! Das ist das, was du vorher zusammengestellt. Ja. So. Dafür haben wir jetzt... So, wo putzt man sich ab? Draußen in der Wiese. Hosen gibt's, oder? So, was darf ich denn Grütz haben? Jetzt her! Jetzt her einmal! Das kann das ruhig ein bisschen länger losen. Ja. Ich müssen... Das ist ein bisschen das Motorrad, weil es sonst Pizze ist. Ja, Pizze ist ein bisschen besser, aber... Süß! Herr Verkehrsminister, kann das dabei die Beilagen machen? Ja, klar. Ja. 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 Da... Na... 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 Na, film mal rein! Dann nehm die Kabel... Dann muss sie die Kabel drummeln auch noch nehmen! Ja, da seht ihr, wie man das... fein sauberlich aufgelegt hat. Na, bleib nicht drummeln! Stehe! Die Kamera ist lag, jetzt hat man halt schon eine Kabel drummeln! Na? Das ist ein Wintergott oder eine Laube, je nachdem wie man es holt. Eine Laube, das ist ja ein Grühler, das ist ein Grühler und das, was Fleisch noch drauf liegt. Nein, du, und heute sag ich nicht, du, also, nein, wenn du sag mal die nächste Nacht, dann kriegst du ein Waschmittel und ein bisschen Teppel oder was. Ich meine, es ist normal, der Kameramann Sachs, der ist so unfähig normal. Und du, du bist bei der Kameramann und sonst irgendwas. Ich sage noch Prost dazu. Was? Was? Ich hoffe, ich habe ein Radio hören müssen, das ist wurscht. Wurscht? Im Radio-Füldspotschen hat man sich schon immer eine Zeit. Radio-Füldspotschen oder? Oder Radio-Milzitante, je nachdem wie man dazu sagen will. Ja, da muss man hin und wieder hergreifen, dass es sich nicht anbrennt. Mal sehen wir, wenn es abbiegt einmal. Wenn es einmal abbiegt, dann ist es verloren. Seh, jetzt her. Wieso hast du keinen Wecker? Normalerweise, Trübband am Rosten. Ich brauche keinen Weisgübel. Ja, wir brauchen keinen Weisgübel. Und hör, theoretisch hör. Wir drehen jetzt einmal um. Drehen Sie einmal um. Dein Freund drehen wir einmal um. Das Freund auch, oder? Beim Wappel drehen wir einmal. Du hast, du, du hast. Wir drehen wir auch um. Der dreht wieder um, oder? Er braucht das halt. Das ist normal. Und dann da das Filet steig. Das ist gut, was der hier holst. Das ist doch nicht. Das ist ein Filet. Auf jeden Fall. So, ich habe jetzt um den Kameramann Sachs gereiht. Normalerweise, als der Kameramann Sachs ist alleine der Kerl. Oh, ein Trautl beim Filmen. Er hat ein Kind vergessen. Wenn man den Kameramann keinen hat, dann bist du ja super. Der Kameramann Sachs nicht vergessen. So haben wir den Tau jetzt. Ein Packet. Ja, so. Gehst du mal her. Das ist ja kein Res. 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 Das ist ja kein Res, Mann. So. Also. Ich probiere es mit dem Filet. Schweinefilet. Ja, Schweinefilet. Heuerl, aus Mauerwulch. Jetzt wird es Zeit, der wird es vermessen. So Trautl. Was soll ich von dir ausstehen? Was soll ich von dir ausstehen? Was soll ich von dir ausstehen? Das ist schön, dass wir sie relativ angetrunken. Das ist gut angetrunken. Also Holz ist kein Ausserdurch. Du Wappler. Du Wappler. Du brauchst nicht rein, Deppert. Das ist schon ein bisschen wenig, was du eingekauft hast, Herr Verkehrsminister. Der ist eigentlich gar nicht. Nein. So solltet ihr mich im Inters. Wer? Wir haben uns in keine Pizza heute. Du bist nötig. Nein, 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 nein. Das heißt, es ist Deppert. Ich muss alles aussensieren, oder? Warum musst du die Sirene aussitzenzieren? Es ist eine Wirtshaus. Es ist ja nur Promotion. Promotion. Nein, ich brauche nichts. Ich brauche nichts. Ich brauche noch mehr um. Glaubst du, mit dem haben wir die Mauer, oder was? Ein paar Würstchen draußen noch. Ist das immer so? Ja. Der Herr Präsident hat ja so viele Kochkünste in der Montesche. Ja. Ich brauche den Würstchen. Das ist nicht einfach. Und ein paar Tonnen waren auch nicht schlecht. Ein paar Gepäck und so einen Scheiss. Ich weiß nicht. Irgendwer kann das nicht immer öffnen. Ich kann auch. Ich weiß nicht. Es ist für du. Ich darf ihn öffnen. Aber du bist nicht der Herr Koch wie in der Bundesliga anstatt. So ist er. Schatz her. Da. Da, Schatz. Das ist noch nicht durch. Das rach dabei. Aber so. Hier. Du. Schaut das Filet an. An dieser Seite ist es perfekt. Sehst du das Filet? WUSCH! Ja. Also was gibt es sonst? Geht ultra mit dem Mobilfunkgerät da. Hör also. Was gibt es? Nein. Da. Da. Hey. Wir hätten, wenn der was. Wir hätten uns aber Kameras vor. Schon der erste Haare, der tät uns schon die Kameras vor. Ja. Du. Film mir das Video mal da oder? Ich warte. Dann musst du die Kabeltrommel wieder nehmen. Nein. Nichts Kabel. Was? Kabeltrommel. Das ist ja super. Also ich muss sagen, ich bin ein besserer Koch als ich glaubte. Da. Schär. Schär. Warte. Schär. Du weinen. Jetzt nimmst du das Fleisch. Hast du es so runter. Du nimmst das. Hast du es so runter. Nimmst das. Hast du es so runter. Seht. Das bricht auch. Das ist ja zart wie eine Musche. Das ist wahrscheinlich in der Früh nicht wie eine Musche ausschaut. Oder ist es Wurscht? Nein. Nein. Mann. Der Mann oft, so, das Richtung der Außen steht auch so auf, ich hab nichts zu haben, was wir machen. Du meinst, der ist Matiz, der Herr Wirtschaftsminister, der ist nicht so einer! Nein, so! Aber so soll ich auch mal, meine verehrten Zuschauer! So steht der Freund nicht! Und so auch nicht! So, wisst ihr was? Der Herr Außenminister wird mir jetzt sicher zugeschnoren, weil... Du Traupper! Ich hoffe, du weißt, ich hoffe, du weißt! Der Alex wird schon an den Videos auch! Das ist scheißegal! Aber wurscht! Der wissen ja alle nicht, wer wir sein! Oh ja! Nein, das stimmt ja, weiß keiner! Das stimmt ja, wenn wir sein! Nein! Nein, ich bin... Ja, da film doch das eine zu! Ja, nehmt die Kabeltrommel! Ich hab, ich hab wieder die Kabeltrommel, Leute! Jetzt hab ich eine Hand, da muss ich... Jetzt hab ich noch eine Hand! Wir haben filmt das, wie ich die Watsche! Zehn Minuten, da ist die Hand und wann auch sowas! Das gibt man so gar nicht! Scher! Wieso machen wir gerne ein wenig das Ansatz... Speicherplatz oder was? Ansatz Speicherplatz! Andererseits sind wir schön was zum Streit noch da! Es geht mit der Trommel, weil ich hab jetzt die Kabeltrommel! Jetzt holt noch nicht mehr! Das zählt noch die Kabeltrommel, wir müssen noch ein bisschen improvisieren! Ja, das ist ja ganz einfach ein Trick! Jetzt ist es auch wieder vorne, oder? Ja, auf das... Jetzt kann ich mich überniedersetzen! Seht ihr? Auf das liegt der Herr Wirtschaftsministern! Wie ist das? Ja, man muss wirtschaftlich denken, man muss für jeden eine Arbeit finden! Und nicht so einfach machen! Wer ist denn der Wirtschaftsminister? Na, Prost! 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 Perfekt! Ein... Ein, ein, ein... Ein, eine! Ein, eine Film! Nass, dass ihr Licht da auf und wohnt! So... Aha! Wir haben eh heute im Video. Die Nadine. Ich weiß eh, wie die Nadine ist. Eine fäschige Katze, hoffe ich euch. Also ich schreibe nur mit fäschige Katze. Mit du sicher, du sicher. Mit echten Katzen, oder mit großen Katzen? Schau, dreißen Mal was unten einmal. Sehe, 15 Mal unten, aber einmal mehr schaut nie. Vielleicht kann das, naja, das schaut nur roh aus. Roh, roh, roh. Schau, wie sagt man immer, halber Drache ist halber Drache. Brauchst gar nicht zu drachen. Wird es in dem Video auch so eine Witze-Stunde geben? Schau, geh es her mal. Nehm es mal so einen Priegel. Den brauchst du nicht draufhaben. Ah, du willst immer den kleinsten Gold, den da reinhauen. Schau, ich will gleich sparen. Warte. Dann mach ich da schon her. Da kommst du ja danach schon, wie du es blöd machen. Perfekt. Jetzt kommen die Würstel. Halt's doch zusammen mit echten. Halt's, ich hab ihn gerne in die Füße. Das hätte ich gefroren. Das hätte ich gefroren. Was für Würstel sind das? Brautwürstel. Grüezi, schau jetzt her. Als Meister vom Herrn und Minister. Geht her. Keine Ahnung was ich für einen Meister sein will. Aussen-Minister. Das sage ich ja. Das ist eine professionelle Verleidigung. So. So, ich habe den Meister. Dann machen wir erst später von euch. Dann machen wir ein eigenes Video drauf. Ich bin hier angedeckt. Ach so. Also. Hier dort. Wo ist mein Geräusch? Wo ist mein Geräusch hängen? Da ist mein Geräusch. Halt's zusammen, du wappel. Da muss ich leicht rein, muss ich noch keine Videos sehen. Nee, da geht's nicht. Ich halte es nicht rum. Halt's nicht rum. Ich mach dich vor der Videokamera nicht mehr. Ja, jetzt räumen wir es nochmal um. Und dann machen wir uns ein paar Witze. Ihr kennt aber gute Witze, ein paar rassistische. Ein paar rassistische. Gut. Also. Wie jetzt ein bisschen YouTuber steht. Ihr weiß. Rassistische Witze, wenn nicht gemacht. Was ist der Unterschied zwischen einer Platine und einer Schrappchen? Was? Ich kenne es. Ich kenne es. Ist alles gleich. Beides kommt zu welchen Planer. Nein. Ich werde es nicht glauben. Das ist eine Wurst. In der Waffentechnik ist das so. Nein. In der Waffentechnik hat es halt was ich nicht so. Du scherst die nach vorne. Merkst du auch. In der Waffentechnik gibt es immer wenige Maler. Und ein Maler ist halt voll zu tun. Wo ist es? Hörst. Hörst. Das Fleisch ist halt oben. Außenminister. Außenminister. Herr Tui. Wenn es wenige Maler gibt. Es muss scheinbar wieder ausschauen. Weißt du. So wie du gesagt hast. Ein Maler und ein Miese Huren. Miese Fettel. Nein. Das ist das. Aber denkt. Nein. Herr Präsident, wir wollen nicht wissen, was für Gedanken du während dem Kuchen hast. Sonst kannst du uns dann nur erklären, wie man richtig... Mariniert. Nein. Das ist schon mariniert. Das hast du schon mal sehen. Das ist cool noch. So nach der Nacht ist, dass das Lied vielleicht auch noch... Ja. Also den Ballerns sind vielleicht ein bisschen so groß. Ja. Ja. Schauen Sie mal. Das Fleisch. Sepp. Ist das wieder fokussiert? Nein. Das ist noch nicht fertig. Das ist mit noch rosa. Das kaufst du jetzt mal? Nicht so. Ich hab' ich schon auch. Das ist durch. Das ist noch roh. Ich kann dir sagen. Ich kann dir sagen, dass die rechts da raus noch roh sein, weil in der Mitte sieht man noch das rosa nicht. Und dann wird das fette Stickel auf jeden Fall schon durch sein, wenn die kleinen Stickel noch roh sein. Schau. Also der ist noch roh. Der feist ist nicht auf die Zeit schon. Der ist noch roh. Das ist kein provokantes Gesicht. Handschuh. Der ist noch roh. Steg ist durch. Also. Beißer muss ja. Ich hab' ich noch drauf. Ist nicht der Mund. Ist nicht der Mund. Ist nicht der Mund. Ah ja, das ist dicker, schmeckt doch nix, das ist großartig, das schmeckt super Das sind meine Zähne, warte jetzt mal zu Was? Er steht da und die anderen zwei Minister huckern da drüben, das sind sicher zweieinhalb Meter und dahin ist, dass das noch roh ist Das ist hundertprozentig durch Hundertprozentig, hundertprozentig, wenn es so groß ist, das muss gut sein Dieses Kaul, so schlecht, stellen sie zu einem weniger Radius Also, drehen wir es noch einmal um Sie sollten einmal zeigen, wie ich das einmal hinlegen kann, dass das wirklich was wehnt Nein Nein, also, jetzt hat der Präsident gesprochen Unerfahrene dürfen da nicht hingreifen Nein Der ist der Erfahrenste auf dem Gebiet, das es gibt Also, auf welchem Gebiet sage ich jetzt nicht, aber Auf alle Gebiete So gesehen, der Herr Wissenschaftsminister sagt das Sonst war auch nicht der Präsident So ist es Nix Später vielleicht So, dann schauen wir uns einmal an das Filet Du brauchst das nicht alle zwei Minuten rauszunehmen Seht ihr, das ist schon abbringend Seht ihr, das ist schon abbringend wie was weiß ich was So, und jetzt machen wir es zu Genau, und jetzt kommen wir ein paar Witze und was weiß ich was Wie ist das? Der Witz vielleicht spürzen, bitte Nein Witz Ja, also Das Baguette könnte auch nicht grünen, oder? Nein Bist du deppert? Nein, der ist am Alz Leg es ein Nein, die ich leg es aus, oder? So, ich ja Schau, da oben ist der Spar-Baguette Mit Knoblauchbutter Verbohrgebacken Verbohrgebacken Wenn ich es hier mit dem Messer Machst du mir den da PUSCH Was ist das? Alter Also Seht ihr mal wie gut ich das Messer schnägt habe Ja, das ist das nächste Schaut Da oben sie es gesteht Vorgebacken xem Einer damit Leg es an die Leg es am Rauch Einer damit Dort liegt es Dann machst du es zu Und dann leg es dir über dein Leben nach Und dann bringest du mir toller Weil das Baguette ist schneller fertig wie das Fleisch Aber jetzt kommen wir hier zu den Abfällen. Das ist ein ganzes Papier, wo du es nicht mehr brauchst. So als Plastik? Nichts Kunst, Kunststoff! Das ist richtig aus der Welt gehauen. Das hätte man andecken sollen. Das hätte man alles noch missgeben. Wisst ihr jemand nicht, wenn das Essen drin ist, das Plastik? Das Plastik? Gut. Da sind die Kiewleine dabei. In die Kiewleine. Man sieht jetzt, er hat schon ein bisschen eine Sauce auf seinen Hülsen dabei. Das ist Rade am Rand. Das ist Geschmacksverstärker. Da ist auch ein Tipp dabei. Das sind die Würstchen für ein anderes Video. Da haben wir schon gerechnet. Ein bisschen gefroren sind sie noch, aber das geht schon. Bis zum nächsten Video tanz ich auch. Nein. Und noch ein Krain. Das ist eh noch ein Schäppchen. Nein! Was ist denn das für ein Krain? Spar wieder. Sparsigste. Wie macht ihr da kein Product Placement? Ich weiß nicht, was ein Product Placement heißt. Zubereitung aus. Krainraspeln. Würzig scharf. Das ist ein Krainraspeln. Das ist ein Krainraspeln. Was haben wir noch da? Schaut aus wie ein Salz. Lass mich bitte marinieren. Bitte. Was haben wir da? Einen Pfeffer wahrscheinlich. Ich darf nicht so greifen. Er muss alles machen. Jetzt mach mal ein Pfeffer. Während das Fleisch dahin gabst du da mal. Die zehn besten Wege machen ich auch mit Flecken zurück. Das ist eine Krainraspeln. Ja, genau. Man nimmt auch ein Krainraspeln. Am besten mal Werkstattpapier und wisst sie zusammen. Ein Werkstatt. Das ist ja ein Fetzen für dich. Das weiß ich nicht. Das kommt aber tatsächlich reinhauen. Das ist super. Ja. Ah, wirklich? Das ist gut. Jetzt nicht einmal mit dem. Du, Papler. Heilt es doch. Heilt es doch. Also eins sage ich dir. Wenn es so mehr Außenminister sein ist. Ja. Da neben dem Grill hat man einen Kier was geslegt. Ganz was gesagt. Das ist wie eine Halloween-Folge, wie nächstes Jahr, das ist wie das nächste Jahr. Das hier, Papier, auf. Das hier, Papier, auf. Das hier, auf, Papier. Ist mein Gesicht drauf? Ja, die Seiten. Wurscht. Das hier, eine damit, eine damit. Das hier ist auch schon leer. Eine damit. Ich weiß nicht, aber ich muss hergehen. Das ist gleich ein Tipp für dich. Genau so, Mann. Prisst du den Ruhm-und-Ruckern, kommst du selber raus. Schön. Machst du zu, gehst her. Einmal zu. Einmal ruhen. Einmal ruhen. Und dann ist er perfekt. Perfekt voll. Du brauchst nicht alle zwei Minuten nachschauen. Jetzt lass einmal fünf Minuten drinnen liegen auf dem Söhnfleck. Das Baguette hab ich ja schon. Hier, ist ja fast fertig. Fast, das hätte ich dir sagen können, dass es noch nicht ist. Aber, was sollst du mit dem Fleisch anfangen, viel mehr? Ja. Du musst doch einmal da in den Drottel legen, dann nicht mehr raus. Wofür hab ich da aber da? Ja, gerächelt. Gesehen. Leg's einmal hier. Dann schneid's einmal durch jetzt in der Mitte. Aber was geht? So wie es gehört. Nicht so jetzt in der Mitte. Da ist eine Sehne reingedreht, muss dann raus. Wir haben jetzt eine Gabel, ein Messer. Da in der Mitte. Wie meinst du? Hey. Der hat ein Snapchat gemacht. Jetzt her. Mitte. Sehne. Jetzt kommt einmal die Marinade da drauf. Die Marinade ist schön. Bitte. Das brauchst du gleich marinieren. Seh. In der Mitte scheint. Ist das Holz? Ist das Holz oder Papier? Ist das Holz? Einmal salzen. Dann gibt's noch Pfeffer. Jetzt könntest du dabei ein Stückchen reinschneiden. Jetzt hat's schon grob ein. Du kannst es dabei selber verkosten. Sehst? Zuerst, der soll ist der Herr. Wie ist's jetzt nicht? Nein, du bist da. Gut. Verkaufst du mal? Verkaufst du mal? Verkaufst du mal? Ob es schon durch ist? Nein. Jetzt hört's ihn an. Also. Wie kommen viele Leser von unten? Das schaut echt scheiße aus. Also ich bin zwar gerade gehofft. Das ist in der Mitte noch hoch. Ja. Ich bin zwar gerade gehofft. Aber... Das ist echt scheiße. Aber super. Medium Rare. Der oder wie sagt man dazu? Vielleicht hat er sogar als ganz schlimmer. Medium. Achso. Ja. Das schaut natürlich sehr groß aus. Das schaut meiner Meinung... Ich weiß nicht. Auf der Kamera schaut es noch schlimmer aus. Also so schaut es jetzt braun aus. Aber auf der Kamera schaut es richtig groß aus. Schau dir das mal aus. Fast gesagt, wenn es von dem abläuft. Geh mir. Aus mit Issa. Kannst du mal. Nein. Fast gesagt, wenn es von dem abläuft. Du bist der Kater. Ich habe kein Recht damit zu lesen. So. Nein, nein. Ich muss Ihnen noch ein bisschen Senf dazu geben. Also ein bisschen Senf. Weil ich meine... Ich denke auf 1 Euro. Tue dabei ein paar Spal, Leidig. Tue dabei gut, ja. Du gehst rein. Das klaust du mir mal. Mmmh. Mh. Mmmh. Oh, ich muss ja kein Augen trinken. Ich muss noch ein paar Frauen auch tun. Wow, Mann, Bäh, Bäh, Bäh! Aber den Vogel ist ja so schlecht. Ja, dann gehört das ganze gleich dir. Schneid es noch mal so da längst noch auf. Dann haben wir es noch mal auf dem Tun. Soll ich auch nicht mehr echt noch mal so. Das war jetzt alles so. Reflex? Ja. Ich weiss es nicht mehr. Hau, das ist eh durch. Es lässt sich nicht mal schneiden. Hey, es lässt sich! Es lässt sich ja schneiden, aber... Warte, da ist ja noch ein Bleister, gell? Die Reiben so dünn ist am Schatz. Ja, eh. Was sagen wir so krass? Da ist es ein bisschen angehaut. Aber ich richte sogar 2 Dollar. Mich hat eh genug Dollar. Ja, wir sehen so. Hör damit! Schnell, 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 ich muss das Fleisch raus holen. Ursa-Muld und Schau-Muld und dann... Ja. Wir testen mal auf die Zeit, das wird noch mal rein gehauen. Das hätte ich auch geschafft. Danke. Ja. So, Wollen wir mal eins essen? Ja. So. Ich schneide es auch mal durch. Ich schneide es auch mal durch. Schau ein bisschen Eis. Dahinten haben wir wieder die professionellen Siren. Ja, das schaut... ...roh aus. Schau mal so mal. Das schaut roh aus. Ich sag... Ich sag... Ich sag... Es riecht... Es riecht gar nicht so schlecht, aber ich weiss... Ja, eh. Aber es ist noch... Es riecht gar nicht so schlecht. Drei PSOE! Es riecht gar nicht so schlecht. Es riecht gar nicht so schlecht. Ich schau mal, doch... Ja! Es riecht gar nicht! Ja! Wir sagen das ja, dass es nicht durch ist. Nein, nein, nein! Ganz ehrlich? Nein! Dann kriegst du es vielleicht noch durch. Nein, nein, nein! Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Wir sagen das ja, dass es nicht durch ist. Wir sagen das ja, dass es nicht durch ist. Ich habe einen Schweinkloss gerissen. Jetzt was? Ich schaue mich mal nieder. Der Herr Präsident erklärt ein paar Sachen zu seiner Kochkunft. Oder zu ein paar Witze. Warte, was hast du mit dem? Ja, das sollst du noch mal reinhauen. Ja, stimmt. So. Also. Da haben wir das gutes Fleisch. Gutes Filet. Was ich will hören? Ich geh noch mal rein. Ich kann es noch mal sagen. Da brauchst du mehr wie Urhüsen. Da brauchst du sogar mehr wie ein Sechser-Trage alleine. Als Zuschauer, ja. Nein, seid zu leise. Ey, jetzt können Sie jetzt... Halt! Also, ich sag dir eins. Ich reiß den Schäfer und scheiß mich aus. Aber wir können das so ein Stückchen vom Baguette überreißen. Der ist gehosteter von mir aus. Das sieht aus. Das ist jetzt drin aus dem Baguette alles. Ach, voll aus. Für mich auch. Ich hab das noch so. Danke. So. Das Fleisch ist drin. Der Herr Chef. Beschnitte vom Baguette. Das hat man jetzt nicht mehr so. Das ist gehosteter von mir aus. Ich hab die Butter geschwitzt. Ich brauch gar nichts für das Drucker. Nein, das brauch ich auch nicht. Da hab ich ja ganz vergessen, dass die Butter noch nicht ist. Ich hab's noch mal. Das ist roh. Das ist roh. Ah, das ist komplett roh. Roh! Roh! Weißt du, warum das nicht wird? Das gehört einfach zu sein Wasser. Ja! Genau! Oder sein Gasgruller am Teich. Das Fleisch ist nicht. Ja, in der Mitte ist es vielleicht ein bisschen rote. Die Butter. Nein. Ein Bräunder auch schon, aber gut. Bräunder. Für alle zu sehr. Der Herr Präsident, der ist normalerweise nur gewöhnt mit primitiven Mitteln zum Arbeiten. Wasser, Kalk und Gasgruller. Aber heute hab ich mal einen spezial hingemauerten Gruller zur Verfügung gestellt. Das Messer bitte. Und ein Messer. Ein selber geschliffenes. Und was? Besser geht's nicht? Vom Weihrasstuhl. Höherm Außenminister. Genau so ist es. Und ein paar Hülsen haben halt noch dabei. Und? Herr Präsident, was gibt's Neues? Gibt's irgendwas zum Erklären noch, oder? Ja, also, ich sag euch jetzt eins. Lernen wir. Also, es geht schon ein Tag. Haußen Sie, ich lehren noch! Ah, ah. Ihr seht, ich höre auch viel Scham von mir. Einmal. Wir werden wohl. Da hinten. Das gehöchelt gerade. Schön weiter. Wie siehst du? Du bist auf. Du sollst nicht dauernd aufmachen, hab ich dir schon gesagt. Du traust dich in diesem Video. Da sieht man wieder die Kabeldrummel optimal. So, also. Kameramann sagst. Ich hab' den Laden schon. Missgebotten. Du sollst nicht, dass das Fleisch ist, oder? Nein, nein. Das ist gut. Ihr kennt sich auch aus. Scher. 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 Schleicher Verkehrsminister. Wenn mein Gefährtlos aí hätte delivered noch, teils? Scher. Eine, du. Ja, für die Nacht gehört's dir von mir als. Aber nicht so oft den Auspuff rein, gell? Ja, aber ich sag's auch, ich glaub, das Schniteln da, der wird schon sein. Schneid's auf, dann ziehst du das. Aber da fällt ein völliges Gewürz. Hey, der Herr, der Herr Hausminister mit dieser Gewürze. Immer die Mühle auch drauf. Willst du den Tempel, oder? Die Gewürze ist versalzen, oder? Das ist nicht versalzen. Glaub mir, die Kerze ist versalzen. Also, ich sag ja, wie der Feder. Nein, da auf einmal. Ich schneid's jetzt auf einmal. Das schaut wirklich sogar schon gut aus. Dann kriegst du mir auch sogar ein Stückchen rein. Klaus! 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 Ja, das ist... Hat einen guten Fes, ja. Klaus! 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 Gewürzt ist auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Aber gar nicht schnell. Nein, ist gut gewesen. Ja, also... Wisst du, wie es denn einsteht? Ja. Der will ja extra ein wenig an einem Video, aber ich werde dafür machen wir sie selber. Wie ist das denn schon so aufgebracht? Ja, ja. Nichts. Nichts. Wieder Fehler. Das darf man. Ja. Oder einen Grautellot. Ja, einen Grautellot. Ja, einen Grautellot. Oder mach einen deftigen Wurstsalat. Wie viel Zucker hast du daheim? Das müssen wir gleich mal fragen. So. Mach zu mal wieder. Hast du jedes Umgetraut, dann mach zu. Hier doch so. Das tun wir immer anders aufs Fleisch. Schauen wir noch. Die ganze Stücke. Sind die jetzt schon fertig? Ja. Ganz professionell. Dies ist nicht. Dies ist auch nicht. Dies ist auch nicht. Es raucht, es muss reichen. Dies ist. Dies ist. Dies ist. Dies ist. Dies ist. Dies ist. Warte. So. Das schaut ja eher schon aus, wie wenn das ein bochener Käse wäre. Oder was. Das ist ja. Also eins raus überhoffen. Kauchen kann er. Wie kein anderer. Wie kein anderer. Er kommt kochen wie kein zweiter. Wie kein zweiter kommt ein kocher. Das war schon. Jetzt könnt ihr euch selber denken, in welche Richtung wird er kochen kommen. Ich sage, er kommt kochen wie kein zweiter. Vor allem das ist Baguette. Das ist das Innere vom Baguette. Und dann. Das ist außen über dem Baguette. Das schaut eher aus wie ein... Das ist ein Baguette. Der ist schon gut. Der ist schon gut aus. Der ist schon gut aus. Der ist schon gut aus. Ich hab' gewusst, warum ich mir gleich was fläte. Der ist trotzdem super. Der ist trotzdem super. Tau. Woher gehört es? Einen golden Grülkäs habe ich gehört. Ja, da schau' ich schon her. Das war's wie das Käfer. Also wie Fleisch schaut das nicht aus. So. Schau' dir das Baguette an, ja. Ich hab's gewusst, dass der Grülkäs die reichen Weichmacher drin hat. Wie eine ganz normale PET-Kunststoffflasche. Also für alle für euch kulinarisch zurückgebliebenen, wenn du das Video anschauen, lasst es lieber bleiben mit dem Zug. Ja. Das ist ein gesundes Essen. Das ist durch. Ja, aber außen. Außen ist überhaupt durch. Das Baguette ist wirklich gut. Sieh, sorry. Sorry, ja. Wo ist das Baguette? Wo ist das Baguette hingekommen? Das ist auf dem Glück, oder? Also. Jetzt kaufst du mal das gute Fleisch. Ich hab' mein Butter tag voll. Jetzt kaufst du mal. Ich hab' mein Butter tag voll. Ich hab' mein Butter tag voll. Ah. Ja, also. Mmh. Mmh. Telly. Mmh. Schaut mal das, das Filet, das ungewürzte. Das schaut ruhig normal aus. Schaut mal das, scheinbar brennt, aber das ist auch noch. Mach auf, mach auf, mach auf, mach auf, mach auf. Na, ich habe den gerade abbeissen. Und das, was in der Mitte ist, das ist roh. Was schwarz ist? Nein, also von außen hat es ausgeschaut, wie wenn es normal gekocht ist, dass es fertig war. Aber, nein. Jetzt haben wir noch ein Beilock gekriegt. Ein Boostersalat. Nein, die Hitzreibe mal Klartext. Ein halbes Kilo. Ja, da fehlt schon, was da ist. Fuck, ich gehe eine halbe Stunde. Das ist gut, oder? Ja. Mach einen Schneid! Mach einen Schneid! Mach einen Schneid! Mach's viel! Ja. Da war Fleisch? Ist das nicht, dass er alles in einem will? Nein, ich mache 10 verschiedene Videos, dass du so mehr Schneid bekommst. Ohne Scheiss. Das sage ich jetzt absichtlich, weil schon langsam reicht es mir. Weil so wie du das Essen jetzt verhunzt hast, nein. Ich bin ja auch. Toastet, bitte. Toastet! Ich habe von allen Stikeln angebissen. Und das war nicht gut. Das ist komplett durch. Bitte. Du bist vorne und koastet. Schmerzt sich gut. Schmerzt sich gut. Das ist sogar durch. Also bei dem Auszähler wartet man sich natürlich auch nichts anderes. Das ist nicht durch. Nein. Das ist nicht durch. Das ist nicht durch. Das habe ich dir verholt. Das ist nicht auch so ein Stikel. Das ist nicht durch. Ich habe es nicht durch. Ich bin der Meinung, der füllt ein bisschen Salz. Ich habe es nicht durch. Ich habe es nicht mit. Ich schmeckte es auch freundlich zu mir. So, ist alles klar? Also, das ist uns auch durch. Ja, bitte, würde ich sagen. Schneid einfach mal, das ist schon... Schneid einfach mal, das ist schon halbwegs durch. Alles nur. Das ist schon halbwegs durch. Sieh, das ist vollkommen durch. Das ist für Ihren Tour. Noch mal eine, dann mal hin. So willst du? Nein, hinzu. Ja und, ich brauche, wenn der was runterlegt auch. Tue ich zurück zusammen. Perfekt. Scher, das kannst du auch noch mal rein. Das sieht jeder Blinde aus drei Kilometer Entfernung. Das brauchst du nicht mal aufschneiden. Tue ich zurück. Zahn zurück. Perfekt. Das war jetzt unbedingt ein. Aber das... Das ist durch. Das ist nicht durch. Ich habe gerade gekauft. Also, schon langsam bin ich... Da habe ich mir so eine Semel bei. Da haben wir eine zache Semel vor. Ich weiß nicht, wie wir uns. Aber besser wir. Ja. Da, bitte. Du bist dran. Ja. Ich muss mich dran füllen. Ja. Genau. Ich werde das über mich dran dran. Ich brauche das mal schnell an. Ich brauche das mal rein. Ja. Das ist ein gutes Ausdruck. Also das ist... Mhhh! 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 Ich kriege einen Schlag auf euch! Ja! Das krieg ich mir dann auch noch mal auf. Und der ist? Der schaut ja fast aus, dass ich ihn drüben bringe. Ja, er hat das Baguette. Wenn es das Baguette von der Seite bringt, dass der Grill kommt. Also ich habe gerade so gut ein Stück Fleisch gegessen, dass ich es überhaupt nicht drückt und überhaupt nicht verbrannt. Ich muss jetzt noch drüben trinken. Aber dann! Hör! Ich tue sowas! Der ist das Baguette. Kleiner durch. So deppert. Hier, normales Baguette. Hier, Grill holen. Kosten wir es einmal. Da leuchtet man hier her, wir wissen, ob das gut ist. Nein, schaut nicht gut aus. Hör mir sowas anzeigen. Hör mir sowas. Hör mir sowas anzeigen. Hör mir sowas anzeigen. Warte, man muss dann nicht mehr so umsummeln vom Pferdlinge essen. Hör! So. Da fällt der Buster so los. Hinträg mal gleich. Hör. Dann gehst du hier. Buster so los. Wie machst du denn? Dann gehst du hier. Machst du auch? Hast du ein paar Hosten. Wie willst du immer einen Hosten von denen noch? Ja. 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 Das ist der Buster so los. Und fertig. Gesteht? Nicht so ein bisschen. Besser wie jeder sonst geworfen. Ja. Ja. Das ganze Dich durch. Gut. Ja. Also. Das, was wir haben verkostet. Das, trauen Sie überhaupt, dass es auch schon ist. Das ist voll wirklich nicht zuständig. Ja. Du hattest mit den beiden Dich. Das war gleich da. Sieht, der, eyla. Der Frauenmeh ist das. Sie sagt. Der Frauen hat es der Mehtebeste. Wenn es das hat gehabt. Ich sag ja auch, das ist durch. Ab der Kamera hat mir nichts gesagt. Ja, die ist doch. All's nicht. All, es ist durch. Ich kann ihn hier einfach nicht mehr ausmachen. Jetzt war es mit dem Video. Wie ist das mit dem Video? Ja cool. Wie ist das mit dem Video? Wir müssen es abmoderieren auch. Warte, warte, warte. Das wollte ich jetzt aber haben. Das wollte ich jetzt aber haben. Was? Das ist einfach das. Das ist einfach das. Warte, das sind noch nicht. Das ist ein Gewürz? Das ist ein Gewürz, oder? Jetzt sage ich, wenn du trinkst, dass du das noch nicht trinkst. Also... Na ja, hoffen wir. Hier ist der Herr. Das ist dein Gewürz. Verkehrsmedienster. So gerne. Ich hoch mich wieder nieder. Hoch dich hin. Und essen wir eine Kochkünste, oder? Deine Kochkünste zum Essen. Von deiner Ausdekanung her. Versporn wir den Quo im Dorn. Das ist ein Farbkontrast. Weißer Schwarz. Er ist eigentlich ein Farbkontrast. Der ist selber. Die Schwerigkeit. Die ganze Vorpalette ist drauf, aber vielleicht. Zwiernäger. Jetzt beginnen so meine Damen. Schneid es oben ein Stück. Schneid es oben. Das Messer. Und das ist roh. Der ist nicht roh. Das ist roh, das geht der Blinde. Der ist durch. Für ihn ist das durch. Er träumt dich um. Der ist ein Baguette, das er uns gezaubert hat. Das ist ein Randstück vom Baguette. Das ist jetzt das Innere vom Baguette. Jetzt träumen wir es schön langsam um. Zack. Na wo schaut das Film aus? Ein Schlag ins Gesicht. Ja. Schön. Ein Herz vielleicht. Schön knusprig. Oh. Schaut das aus wie ein Krügelkuhln. Oder ein Krügelkuhln. Je nachdem was halt benutzt. Irgendwas ist da oben gefallen vorher. Wurscht. Schau. Mit den guten Ober-Screen-Sichten. Das verbrennt ja fast gar nicht mehr. Mal schauen ob es schmeckt. Es ist nicht einfach. Mh. 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 Bist du Dämmere. Also ich war so roh. Ich glaub du bist krank. Du brauchst wieder einen Jägermeister. Aber er ist hochnäsig. Extermagant. Also gerade sage ich. Wenn man das Oberschleider schlägt. Das kannst du. Und nicht das Heuer kannst du. Es ist roh. Warte, hast du das angesehen? Das ist durch. Schau. Ich schneid so ein Stück. Der Außenminister sieht nach dem Video. Dürfen sein Messer wieder schleifen. Was du auf der Kamera siehst jetzt noch viel besser. Dass das wirklich rosa drinnen ist. Das ist rosa. Das ist neben Papkontrast. Der ist schon super gut. Danke. Willst du auch? Ja und du siehst es vor außen. Vor außen schauen so ein bisschen aus. Jetzt sag ich einmal. So. Siehst? Er hat das Essen. Das kannst du jetzt mal. Ich bin schon jetzt auch. Hörst du sie auch? Schmerz. 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 Schmerz.